Geschichten erzählen ist der Antrieb, um Filme zu machen. Nur wenn man was wirklich will, dann kann man es auch gut machen. Wenn man immer wieder den ganzen Tag über ganz viele Dose in der Hand hat, am Ende des Tages füllt man sie zusammen. Das treibt mich an. Man braucht ganz viele verschiedene Leute, die sich zusammenschließen und dann was erschaffen. Die alte Schnappsfabrik bietet eben den Raum, den wir brauchen, um unsere Ideen zu verwirklichen. Das Außergewöhnliche an der Schnappsfabrik ist, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich mit anderen Kreativen einfach auszutauschen.